hallo ist martin von meinem gris dass die dax analyse für freitag den 17 4 2020 damit den verfallstag falltag verfallstag kommt nicht davon von fallen vom verfallen die optionen laufen aus beziehungsweise ja doch die optionen laufen aus auf den dax zum beispiel deswegen verfallstag die tage sind immer ein bisschen tückig weil eben häufig dann zum eigentlichen verfallstermin halt noch der ein oder andere versucht seine schäfchen ins trocknen zu holen gerade wenn man da irgendwo positionen hat die oder sage ich mal aktien oder ja aktien index option die irgendwo ja vielleicht ein bisschen mehr wert sind und man ist nicht weit davon entfernt die noch im geld rauszukriegen und man hat genug geld da um da eben noch mal ein bisschen was nachzukaufen und zurecht zu schieben kann das dann eben benutzt werden um sich da noch in szene zu setzen auf der anderen seite gibt es natürlich dann die sogenannten stillhalter die eben versuchen das auch ein bisschen zu verhindern dass eben die dafür sorgen dass dann eben mehr mehr leute aus dem geld raus laufen als rein und das erzeugt einfach interessen die aufeinander prallen und die dann eben auch durchaus ruppische und an der charttechnik vorbei bewegung erzeugen können deswegen sind verfallstage immer ein bisschen tückig bis hin wo man einfach ein bisschen vorsichtig sein sollte freitags und so und so und die tage wo ihr mehr leute mit problemen haben tage die vielen tradern eher schwer fallen wurden viele dann einfach ihre ganzen wochengewinne wieder verhauen es gibt leute die können freitage gut es gibt aber eher viele denen das nicht liegt die dann trotzdem immer am freitag handeln und sich dann wieder ärgern dass sie da ihre halben wochengewinne weggehauen haben deswegen vorsicht vorsicht auch an unseren dachs der sollte auf dem freitag nun auch aufpassen dass er hier nicht seine ganze wochen schon versaut halt also unser dachs ist reingekommen am montag mit einem kräftigen aufwärts gab ja halt ich bin eine woche verkehrt oder wir sind ja hier reingekommen wir sind reingekommen montag das heißt die woche ist ja schon rot also da gibt es ja auch nicht mehr so versaut die ist schon versaut kann vielleicht noch ein bisschen in szene setzen aber warum auch immer komme ich trotzdem ein bisschen jetzt hier unten auch darauf zurück denn wenn wir schauen was hat unser dachs zum donnerstag gemacht ist auf jeden fall jetzt hier zurückgelaufen an die 430 das war eine von den zwei benannten marken auf der oberseite 430 und 570 sie erinnern sich wo wir gesagt haben von da kann er mal richtig runter drehen das kann sogar sein dass er noch die 570 holt und dann trotzdem nach unten kippt also so ganz darf man das nicht abschreiben aber im stand hier würde ich jetzt schon erst mal sagen die grüne kerze ist ein bisschen komisch ne aber wenn der zum freitag schwach reinkommt warum nicht ne unten durch dann muss sich hier unten unter die 200 durchführen und wenn er die 200 geschafft hat ist der recht eigentlich keine kunst mehr hier 150 100 das ist alles so ein bisschen knauschzone aber ich kann mir vorstellen wenn er durchgeht dass er erst in dem bereich oder hier im gap also das ist so für mich diese knauschzone aus der ich dann denken würde dass der dachs sich nochmal hochgestellt kriegt nochmal hochgezogen kriegt deswegen würde ich zum freitag klar sagen unterhalb von 200 ist für mich short kandidaten insbesondere wenn er auch schwäche zeigt eigentlich kann man damit schon anfangen wenn wir unter 250 reinkommen hier unterhalb ja ja unterhalb von 250 einfach laufen das wäre schon schwach sollte der nicht nach unten arbeiten sollte der sich auch nicht schwach zeigen bitte mit gesundem menschenverstand rangehen es ist nur eine analyse es ist keine keine hellsehörige fähigkeit die ich hier besitze ich weiß nicht was kommt also sollte der jetzt hier beispielsweise mal noch eine grüne kerze hinterher stellen würde das nicht mehr auf die analyse passen nicht mehr auf das was wir gemacht haben dann hätten wir sie so eine art kleinen doppelboden stehen und dann müsste man aufpassen dass der hier nicht so wie so eine untertasse sich eben wieder bis oben hoch zieht bis 10 700 sogar wäre dann das ziel vielleicht nicht unbedingt zum freitag aber wie lange sind wir runter das war nur ein tag kann auch in einem tag das wieder hoch laufen bräuchte dann bräuchte einen schub über die 400 aufwärts gäbe zum beispiel gäbe über 400 kommt ein gäbe über 400 sollte man damit rechnen dass 75 und sogar 37 erreicht werden können zum freitag also wenn er nach oben treibt das sind die nächsten koordinaten dann die 430 ist eben da ausschlaggebend dann haben wir die 570 die bleibt weiter wichtige marke und darüber eben dann schon 37 das das wären die ziele wenn er sich positiv zeigt ich würde mir den start einfach mal angucken wollen und könnte mir schon vorstellen dass wir schon auf der unterseite noch ein bisschen noch ein hühnchen zu rufen haben könnte ich mir vorstellen aber ich würde mich dem auch beugen wenn er nach oben kommt also wie sagt wie haben wir so schön gesagt wir müssen uns wie huren verhalten halten was nützt es uns recht zu haben wir müssen geld verdienen ob wir recht haben oder nicht das ist die devise beim traden deswegen müssen wir mitgehen müssen die bewegung schauen sollten halt einfach die marken die charttechnik dazu benutzen so ein bisschen die marken einfach auch ein bisschen im blick zu halten wo kann man mal teilgewinne rausnehmen kann man position vielleicht auch einfach mal auflösen weil dort eine größere reaktion möglich ist das ist ja das weswegen wir die ganze schule machen die eigentlichen pfeile die prognosen ist ja jetzt endlich nur ein bisschen um unsere erwartung zu verketten um zusammenhänge zu stellen häufiges verhalten im dax einfach ein bisschen zu visualisieren und ja kann ich ihnen gar nicht sagen sie merken schon ich fange an komisches zeug zu erzählen ähm tagesschart können wir noch kurz reingucken rote tages kerze lange rote tages kerze davor gewesen jetzt eine inside kerze geliefert erst mal nicht das jetzt das ist nichts das ist nichts meine damen und herren das ist nichts die kerze ist nichts ne wirklich was soll man da sagen also da kann eine rote in den grünen kommen da die gibt uns gar nicht das ist eine inside kerze wichtig wird weil wenn wir die vorherige kerze im kloß unter oder über bieten also wenn wir drüber oder drunter gehen das wäre wichtig das ist jetzt hier eine normale inside kerze die keine wertigkeit wir haben trotzdem noch einen abdrehen oben im chart zu sehen platz auf der unterseite bis zum mittleren bollinger band das kommt jetzt ein bisschen höher als schon bei 8 30 wird sich wahrscheinlich dann bald hier wird sich wahrscheinlich morgen um die 8 50 rum bewegen weiterhin sehr interessanter anlaufpunkt auch auf einem freitag interessanter anlaufpunkt freitag vielleicht auf die 8 50 und dann montag aufwärtsgepp und wieder hoch ich würde nicht darauf wetten nee da wären wir das risiko dass noch ein abwärtsgepp kommt so raus aber das wäre sie zu eine typische das wäre eigentlich typisch dachs ja zum freitag hier richtig schön unten hin legen 9 8 50 alle welt gott tschüss ohne ende weil er natürlich auch übelst abwärtsgepp bringen kann und dann würde sich einfach danach richten was die leute machen gehen die leute long rein und und tippen auf die steigenden kurse und bringt uns das abwärtsgepp gehen alle short rein weil sie denken oh mein gott der fällt in grund und boden dann gibt es ein richtig knackiges gäbe und dann rennt er uns noch mal durch und ja muss auch ein bisschen die die ganzen technologie wert ist ja so wahnsinn ne auch eine nasdaq und so weiter also die sind so weit oben schon das ist ja wahnsinn wahnsinn wie die performen ja das ist das schafft natürlich für den markt hier so ein bisschen optimismus einfach ne also ein bisschen positive stimmung wahrscheinlich fällt es ihnen deswegen schwer einfach wieder nach unten los zu eskalieren ich meine schwache marktlage haben wir schlechte schlechtes umgang äh umfeld ähm alle möglichen indikatoren wirtschaftsindikatoren schlechter geht's nicht die sind die sind alle auf rekord tiefs und tiefsten ständen ne also wenn ein markt aus so einer langen roten kerze jetzt nicht sich richtig nach unten raus drücken kann also dann ist auch irgendwas mit unserem bärenmarkt nicht in ordnung ne dann hat der vielleicht einfach mal punktstille pause naja ich meine es ist so ein krasser abwärtstrend der hier übergeordnet angeflattert kam so schlechte äh marktlage und situationen und so weiter ne wenn das nicht kommt dann heißt es einfach notenbanken einmal die hände klatschen nach oben geht's weiter na müssen wir uns dem dann auch beugen also das sollte einem auch bewusst sein dass wir hier eine richtige vorlage haben und das wenn wir im bärenmarkt sind dann muss die knallen dann müsste aus der kerze ohne dass wir hier per per überhaupt per bewegung wieder an dieses hochkommen ne an diese eröffnung von dieser kerze ohne dass wir da dran kommen müsste im bärenmarkt diese kerze jetzt eigentlich dafür sorgen dass mindestens noch drei oder vier von den dingern hinterher kommen denkbar dass am freitag eine kommt und am montag einen aufwärtskipp noch dazu dann wären das drei vier das könnte sogar schon erstmal wieder reichen für ein bisschen zur seite aber es ist in dem bärenmarkt man muss auf so eine kerze schon sensitiv reagieren also man muss man muss die wahrnehmen man muss auch durchaus einkalkulieren dass die nach unten ärger bringen kann wenn wir da auch noch unter die tiefsitz fallen unter die 10 200 würde ich deswegen weiterhin sagen erreichen vom mittleren bollinger band um die 9800 rum hier wäre dann zu favorisieren einfach halt weil also wie soll da sonst eine umkehr einleiten eine erholung eine abwirkende erholung außer mit so einer kerze also das ist eine klare ansage schon ne ich denke das ist auch der grund warum der markt zum 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 donnerstag so komisch gelaufen ist wir sind ja doch optimistisch reingestartet relativ gut haben schön nach oben gedrückt und dann schon relativ zeitig so ich glaube sogar fast 9 uhr ne haben wir oben die die 9 30 markiert ne die die 4 30 markiert es war glaube ich fast 9 uhr ne die 4 30 markiert und von dort dann schon wieder ordentlich runter gedrückt also es ist der hat demut gezeigt und deswegen ich würde unter 10 200 wäre für mich ein short der tax joa mehr kann ich ihnen so jetzt erstmal nicht geben auf den kleinen ebenen haben wir geguckt auch was nach oben wichtig ist von daher können wir jetzt hier schon zu machen müssen wir nicht lange um heißen brei rumfackeln ähm beenden wir das für heute wünsche ich ihnen noch einen guten wochenausgang ne wenn sie gute wochengewinne hatten über die woche jetzt überlegen sie sich ob es im freitag sich geben müssen ne mache ich auch oft so wenn die woche gut war dass ich freitag einfach gar nicht handle war früher oft genug so dass ich mir dann da noch alles versaut habe ne und in dem moment wo man einfach nicht handelt kann man schon mal nichts verlieren und nicht verloren ist schon ordentlich gewonnen ne also Also insofern, Freunde, macht's hübsch, viel Erfolg und ein schönes Wochenende schon mal. Tschööö.